Welcher Skin bist du? Ich werde euch gleich hunderte Fortnite-Skins unter mir abspielen. Ihr müsst dann das Video an der perfekten Stelle pausieren, um herauszufinden, welcher Skin zu euch passt. Nur 0,001% der Leute gehören zu den Auserwählten und schaffen es, bei Goku zu pausieren. Wer es schafft, bei Goku zu pausieren, wird in seiner nächsten Fortnite-Runde einen Win holen.